Darüber hinausgehende vermutete Qualitäten des Wassers werden unter anderem mit der Tropfbildmethode untersucht. Hochwertiges Wasser soll dabei schönere Wirbel und Gerlanden ausformen als minderwertiges. Das private Institut für Bio-Photonik in Neuss in Deutschland beurteilt die Wasserqualität über den Umweg Pflanze. Dort wird mit hochempfindlichen Messgeräten die Lichtabstrahlung von Zellen gemessen. Gesunde Pflanzen können mehr Licht speichern als geschädigte, wie sich am Beispiel zweier Fichtennadeln darstellen lässt. Anhänger der Informationsspeicherung im Wasser führen vor allem die Homöopathie als Beweis an. Dort werden zwar dieselben Ausgangsstoffe verwendet wie etwa in der klassischen Pflanzenheilkunde. Die Wirkstoffe werden dann aber unter Verschütteln bis zum Zehnfachen, Hundertfachen, Tausendfachen oder gar 50 Tausendfachen verdünnt, bis so gut wie keine Ursubstanz mehr in der Lösung enthalten ist. Schließlich entstehen entweder Tropfen oder Globuli, kleine Zuckerkügelchen, die keinen Wirkstoff enthalten, sondern Informationen, die den Kranken gesund machen sollen. Wir vermuten, dass Homöopathie über Information funktioniert. Also nicht nach chemischen Bestandteilen, sondern einfach nach Funktionsmustern. Und zwar stellen wir uns das so vor, dass im Wasser von diversen Pflanzen, Tieren oder auch Kristallwasser von Mineralien die Information gespeichert wird und die wird dann abgerufen, indem wir diese Mittel homöopathisch aufbereiten, das heißt potenzieren oder dynamisieren. Das heißt, wir übertragen die Information dieses Wassers von der Pflanze zum Beispiel, das Zellwasser, auf das Arzneimittel. Und das wird stufenweise gemacht und das ist ganz wichtig, dass man das immer schrittweise macht, von 1 zu 10 zum Beispiel in einer Dezimalprozent, 1 zu 100 in einer Zentdesimalpotenz oder 1 zu 50.000, also das ist schon fast unvorstellbar, in einer LMpotenz. Und das war nicht immer so. und